Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Ich bin Christina und heute geht es um das Thema wasserscheues Pferd. Erstmal Entschuldigung, dass so lange keine Videos kamen. Ich habe ein bisschen beruflich und privat Stress gehabt und bin nicht dazu gekommen, Videos vorzuproduzieren. Deshalb, kleine Zwangspause von vier Wochen war aber für mich auch mal nicht schlecht, so ein kleines Päuschen zu haben. Jetzt ist aber festgeplant, dass ich den Rest des Jahres wieder regelmäßig Videos hochlade. Gerade jetzt in der Sommerzeit, wo es so heiß ist, bekomme ich immer wieder E-Mails von Leuten, die mich fragen, was man denn machen kann, wenn das Pferd wasserscheu ist. Weil eigentlich ist es ja eine super Sache, das Pferd mal abzuspritzen oder vielleicht sogar in den See reiten zu gehen, wenn man den in der Nähe hat. Aber wenn das Pferd das so partout nicht will oder auch ständig nur in Schlangenlinien um Pfützen herum kommt, dann sollte man da auf jeden Fall dran arbeiten. Ich sage ja in meinen Videos oft, Vertrauen ist nicht alles oder ist auch nicht die Lösung für alle Probleme. Aber es ist natürlich schon wichtig. Also du solltest auf jeden Fall schauen, dass du eine gute Vertrauensbasis zwischen dir und deinem Pferd hast. Zum Aufbau von Vertrauen habe ich hier schon mal ein Video gemacht. Ein Problem von Pferden, die wasserscheu sind, ist oft, dass sie diesen ungewohnten Untergrund nicht einschätzen können und sich nicht trauen, da drauf zu gehen. Also wenn da jetzt eine Pfütze ist, das Pferd weiß nicht genau, was das ist. Das sieht die Spiegelung vielleicht, es weiß nicht, wie tief das ist und da gibt es einfach Pferde, die sind, da sagt man auch, bodenscheu dazu, wenn die nicht über verschiedene Untergründe laufen wollen. Also Schritt 1, wenn ich mit einem wasserscheuen Pferd trainiere, ist, mit ihm zu üben, über eine Plane zu laufen. Dazu falte ich die Plane erstmal klein zusammen und lasse es da einfach nur drüber laufen, wie wenn ich es jetzt zum Beispiel longieren würde. Oder wenn das bei dem Pferd vielleicht besser klappt, laufe ich vorne weg und es muss mir nur hinterherlaufen. Und nach und nach, wenn das Pferd sich dann daran gewöhnt, kann man die Plane eben immer größer machen, dass es dann irgendwann auch mit allen vier Füßen drauf muss. Wie man sein Pferd an sowas heranführt, habe ich hier in dem Video schon mal ganz ausführlich erklärt. Vor allem auch mit verschiedenen Herangehensweisen, ob man jetzt eher einen Horsemanship-Ansatz wählen möchte oder lieber klickern möchte. Das ist alles okay und es ist auch alles legitim. Man muss einfach schauen, was für das eigene Pferd am besten passt. Wenn das Pferd dann entspannt über diese Plane läuft, dann gieße ich Wasser auf die Plane. Die ist dann also ein bisschen nass. Dann gibt es quasi das gleiche von vorne. Das Pferd muss über die nasse Plane. Natürlich ist das jetzt kein tiefes Wasser, deshalb ist es eben einfach nur der erste Schritt. Wenn das gut funktioniert, dann kannst du schauen, dass du vielleicht unter die Plane so Holzbalken legst auf allen vier Seiten, damit du da mehr Vertiefung reinkriegst und ein bisschen mehr Wasser reingießen kannst. Dein Pferd muss dann also durch tieferes Wasser laufen. Wieder gehst du da so vor Horsemanship-Ansatz klickern, wie in dem verlinkten Video erklärt. Eben mit Geduld und Einfühlungsvermögen dein Pferd daran führen. Es kann passieren, wenn das Wasser den Kronenrand am Huf vom Pferd erreicht, dass es da dann sagt, ne, das möchte ich jetzt aber nicht. Da sind viele Pferde empfindlich. Also an diesem Punkt muss man eventuell auch nochmal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Das ist aber auch völlig okay. Genauso kann es dann ein bisschen schwieriger werden, wenn das Wasser spritzt oder wenn es fließendes Wasser ist und plätschert. Das kann man alles auch an dieser Plane üben. Wenn das Pferd durchläuft, wird es natürlich auch ein bisschen spritzen. Du kannst auch einen Helfer haben, der dann mit einem Schlauch oder einer Gießkanne da Wasser nachgießt, damit es so ein bisschen fließt. Es ist eben wichtig, so diese verschiedenen Punkte mit dem Pferd durchzuspielen und zu üben und da Schritt für Schritt geduldig dran zu gehen. Wenn ein Schritt so überhaupt gar nicht geht, kannst du auch nochmal einen Schritt zurück gehen. Und wenn du das Ganze dann draußen üben möchtest, quasi mal durch einen kleinen Bach zu gehen oder durch eine Pfütze oder sogar in den See, dann bietet es sich A, absolut an, das an einem heißen Tag zu machen, wo das dann für dein Pferd auch angenehm ist. Wenn es sich dann mal reintraut und drinsteht und merkt, oh, das ist ja voll cool, das kühlt mich ab, ist es immer super. Also wenn es da dann eine gute Erfahrung mit verknüpft, ist es immer Gold wert. Und was auch sehr hilfreich ist, nimm ein erfahrenes, entspanntes Pferd mit, was gerne ins Wasser geht und das kannst du quasi vorschicken. A, sieht dein Pferd dann, okay, mein Kollege hat da keine Panik, also das scheint irgendwie sicher zu sein. Und B, kannst du das auch so machen, dass quasi das sichere Pferd direkt vor deinem Pferd ist und dein Pferd ganz dicht hinter ihm. Natürlich nur, wenn das sichere Pferd definitiv nicht tritt, also da ist immer Safety first. Aber ich mache das dann öfter mal so, dass ich quasi das unsichere Pferd, das kann sich dann da einklinken an der Schweifrübe des sicheren Pferdes und dann reitet man da rein. Und meistens merkt man das unsichere Pferd das erstmal gar nicht so richtig, dass es da jetzt im Wasser ist, weil es es auch nicht so richtig mitkriegt. Und bis es das dann merkt, ist es schon drin. Und dann kann natürlich schon sein, dass es sich erschrickt und wieder rauslaufen will oder was auch immer. Aber oft ist es auch so, dass die dann stutzen, nachdenken und merken, okay, es ist gar nicht so schlimm. Und wenn dann das andere Pferd auch noch Spaß am Wasser hat und dann da anfängt zu spielen, dann überträgt sich das oft auch auf das unsichere Pferd. Muss man einfach wie immer ausprobieren, was für das eigene Pferd gut klappt. Es gibt auch Pferde, bei denen reich ist, wenn der Mensch vorgeht ins Wasser. Die haben dann da vielleicht auch so ein großes Vertrauen in ihren Besitzer, in ihre Besitzerin, dass sie sagen, okay, wenn du vorgehst, dann komme ich hinterher. Natürlich gibt es auch Pferde, die dann auch erstmal die Bremse reinhauen und sagen, ööö, nee, auf keinen Fall. Da fängt man dann eben wieder an, das Pferd langsam und kleinschrittig an dieses Wasser ranzuführen und muss sich dann unter Umständen auch mal damit zufrieden geben, dass es vielleicht nicht reingeht, es aber schon ein großer Schritt ist, dass es sich überhaupt annähert. Und wie immer braucht man eben Geduld und Zeit und darf sich und sein Pferd da nicht so stressen. Aber daran arbeiten sollte man auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Lass mir doch super gerne ein Like da und lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du Lust hast auf noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials rund ums Thema Reiten und Pferde. Und dann hoffe ich, ihr könnt alle schön mit euren Pferden schwimmen gehen. Das macht nämlich einfach nur super viel Spaß. Vielen Dank.